So Leute, jetzt gibt es ein Best of, auf das habe ich mich schon richtig gefreut, und zwar Best of Paluten Stimm 14. Leute, schaut bei Best of Paluten vorbei, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, und jetzt, let's go! Die Autobatterie ist bestimmt gesund. Da war ich jetzt echt nicht so gut. Da war ich jetzt echt nicht so gut. Ach Paletto. Das funktioniert. No way! Hat es doch nicht geschafft, der Rudel? Warte mal, wo packe ich denn meine Face? Ach, ich lasse es ja erstmal hier, weil ich bin ja jetzt auch da unten. Ich verstehe, dass wir nicht so alle sind. Das ist gar nicht so sch... Auf gut Deutsch gesagt, scheiß Brücken, Mann. Ich denke jedes Mal, Junge, das ist kein Problem, das funktioniert, ich bin mir sicher. Auf einmal kracht alles zusammen. Du darfst nicht zu viel einklappen. Wir haben beide ein. Ich wusste doch, dass du mal hier was bekommst. Weißt du, wie viel Geld ich bekommen habe? Na? Dieser blöde Stimmverzerrer. Der ist auch immer so maximal dumm. 25 Dollar. Hä? Aber das hat 25 Dollar gekostet? Ja. Frag mich nicht, deswegen, das ist einfach nur lächerlich. Vielleicht, weil es easy ist. Weil manchmal ist er auch an so unnötigen Stellen dran, aber irgendwie wirkt es dann trotzdem lustig. Ach Mann. Brauchen wir jetzt Media. Kann ich bitte bei denen... Also warte mal, aber jetzt bin ich wieder... Ja, wo soll... Ich weiß ja auch nicht, wo ich mit mir hin soll. Ich wandere einfach nach oben links. So, ich gucke dann zwar das, was ich eigentlich nicht mag. Deswegen ist meine Facecam auch immer so ein bisschen seitlich. Weil ich gucke jetzt aus dem Bild raus. Aber ist kein Problem, Leute. Damit ich dem anderen Hässlichen nicht... Guck mal, ich seh den verdammt ähnlich, oder? Bist ein Model, der da links. Hallo? Weiter? Hilfe? Ich bin sehr lang. Ja, ich hab's... Ja, ich will mich erst mal allein. Ey, ach Mann. Hallo, guten Tag. Ich bin der neue. So, dann fahr ich mit dem Auto da einfach rein. Hast du dein Geld jetzt? Nein, also ich seh das Geld in dem Auto. Oh, das war so nervig. Fett. So wie man mit dem Model. Leute, ich darf das... Er redet über meine Mutter. Ja, ich darf über seine Mutter reden. So geshackert. Vor allem nicht jetzt. Junge, diese Szene war so, so, so geil. Ich hab die so gefeiert. Alles gut. Aber sobald der fliegt, warum macht der sowas? Komm, jetzt. Jetzt wieder. Das war okay. Warte mal. Was geht da eigentlich gerade ab? Was passiert? Ich will mal irgendwie, dass mein Gesicht redig wandelt. Warte mal, wenn ich gleich so... Ja, genau. Hier so mit dem Kopf dran. Und... Qualitativ hochwertiger Condit. War das zu sehen? War das zu sehen? Palenno. All right. Ich bin verkratzt. 270. Oh, exzellente Flugkurve, Alter. Die Queen. Der ist stolz auf ihr Auto. Ja. Oh, was fährt denn die Queen? Ich glaube, ich fährt Range Rover. Der geht jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich versuche mich hier Stück für Stück zu steigern, besser zu werden. Scheiße, ich wollte so einen riskanten Sprung machen, damit ihr denkt, der kann es. Junge, und mit Smaragd Enderpearl rein. Bam, bam. Scheiße, das war es schon wieder. Wow, wow, wow. Ihr seid echt. Ganz ehrlich. Ich finde es nicht okay, dass ihr beide rülpst und furzt. Ja. Aber ich darf auch gar nichts mehr. Alter, Little Diggi. Little Diggi, wow. Oh, ja, aber das war auch noch mal ins Spitzenaufbau. In der Schule. Nach der Umkleider. Oh, die Prozente da unten sind. Ja. Alter. Junge, der kann es. Der kann es bei Bridge-Spiel ja. Freut mich übrigens, dass es so gut bei euch ankommt. Falls jemand das hier, das Video guckt und das auch sieht. Also, es macht sehr viel Spaß. Warum hat das jetzt Punkt? Ich verstehe nicht, warum das funktioniert. Ich verstehe es auch nicht. Ach so, jetzt sind die alle hier wieder deaktiviert, weil ich mit dem Bagger hier rüber muss. Hier ist doch kein Problem. Nein, bin ich nicht. Das fand ich in der letzten Folge übrigens sehr nett, dass viele von euch nachsichtig waren. Das fand ich wirklich korrekt, weil ich so ein bisschen meine Zweifel daran hatte. Das ist, ja, weiß ich, weil ich verstehe manchmal die Sache nicht. Das macht manchmal keinen Sinn, warum es dann einkracht und nicht und, ja, Mann. Nicht irgendwie gesagt haben, sondern, ey, yo, wir gönnen uns das, versuchen, dich zu supporten. Lachen vielleicht auch immer noch ein bisschen darüber. So, fahr mal. Ey, dieser Buggy. Gestern ist eine Folge Bridge, äh, Bridge-Bilder, Poly-Bridge, eine neue reingekommen. Und da war auch eine Brücke mit diesem Auto. Junge, das hat mich fast um den Verstand gebracht. Das war, ey. Boah. Der schafft das fast. Zieh durch. Geronimo! Er hat es fast geschafft. Dieser blöde Buggy, Mann. So. Gefestigt. Oh, da schafft er, da schafft er. Ja, gut, fast. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Warum? Die wiegen jetzt, es gibt verschiedene Größen. Ich habe jetzt erst mal nur einen ausgewählt. Der wiegt nur eine Tonne. Wie Mendelsmutter. Jetzt bin ich ja trotzdem wieder im Weg. Ja, gut, wir haben Paletto ein bisschen die Haare rasiert. Ich muss auch mir mal wieder, äh, Haare schneiden. Die Wolle muss ab. Obwohl, es wird ja wieder kälter. Ist natürlich gut, wenn ich da viel Wolle auf dem Kopf habe. Alter. Nein. Oh. Scheiße. Das war eine geile Map. Der fliegt. Der fliegt. Der rein. Jawoll. Das war rückreich, das ist schwer. Ja, easy. Man kennt ihn. Das tut mir leid, Ma'am. Aber wie war ihr? Ja, gut, dann ist Ausgleich eine Gerechtigkeit. Der hat das selbst kaputt gemacht. Das war ich nicht. Ja, das war er selber. Ja. Ja, das war ich. Die Batterie? Lecken Autobatterie. Ist bestimmt gesund. Habt ihr schon mal an der Batterie geleckt? Das klingt vielleicht jetzt richtig komisch. Es sind wieder solche Fragen, wo man sich denkt, Alter, wenn jetzt alle Nein sagen, dann ist es schon ein bisschen peinlich. Ja, aber ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass in den Kommentaren die Leute geschrieben haben, dass sie auch mal dran geleckt haben an so einer Batterie. Was man natürlich nicht macht. Definitiv. Aber man probiert das ja manchmal als Kind aus. Macht das nicht nach. Ist nicht gut. Also auf gar keinen Fall. Goldenen Lamborghini. Einmal kurz zur Seite. Zur Seite. Hier kommt der Typ mit dem Ohr. Ohr. Ja, mit so einem Lamborghini, Alter, dann hast du es geschafft. Oder du bist hochverschuldet, weil du in einer Einzimmerwohnung wohnst, aber 250.000 Euro Lamborghini hast. Obwohl, der ist ja noch teurer. Ja, sind auch super. Wollen ja nicht Bauer... Gibt es ja auch Leute. Bauerfilly. Wollte sagen... Bauerfilly. Es tut mir leid. Bleiben Sie stehen. Hören Sie mich. Ich bin Officer Brandenu. Verbrechen lohnt sich nicht. Verbrechen lohnt sich nicht. Das macht alles keinen Sinn. Bleiben Sie stehen. PlayStation lohnt sich nicht. Also PlayStation klauen. PlayStation lohnt sich schon. Ja, ja, Kaubi für 70.000. Junge, der wiegt 141 Kilo. Der wiegt ja Manuel's Mutter weniger. Äh, mehr. Du musst erst mal so ein bisschen Gefühl zu dem Auto entwickeln. Alles klar. Ja, Junge. Was hat der Typ gesagt? Oh, das ist ein Lego-Auto gewesen. Ja, okay, alles klar. Das war aus der McLaren Senna-Folge. Geiles Auto. Es tut mir leid. Fange einen Überlebenden, um geheilt zu werden. Hä? Das war jetzt ein Grüner? Ich dachte, das wäre jetzt einer aus unserem Team gewesen. Ich verstehe das Spiel nicht ganz. Schau mal. Die Hölle. Sieht man das Teil? Ne. Doch, doch, da unten. Oh, ich wollte dich eigentlich jetzt besser werfen. Das frage ich mich tatsächlich manchmal, ey. Junge, was mache ich hier? Ah, das war auch ein Level, wo ich so mega verzweifelt bin. Weil, kurze Erklärung. Wenn ich dann Polybridge spiele, irgendwann komme ich in so einen Modus, wo ich ruhig bin. Wo ich versuche, mich zu konzentrieren. Wo ich jetzt nicht großartig kommentiere. Wo ich mir einfach denke, okay, funktioniert das so jetzt? Funktioniert. Ihr müsst mal darauf achten. Und da bin ich gerade in diesem Modus, wo ich mir einfach nur denke, oh, bitte. Bitte, das muss jetzt irgendwie klappen. Guck mal, wie ruhig ich auch bin. Da. Hä? Was? Und da denke ich, und da denke ich, ja. Ich hätte D ausmachen müssen. Okay. Da war ich jetzt echt nicht so gut. Hier kann ich ihn ja runterspringen lassen. Da war ich jetzt echt nicht so gut. Und dann fahren die beiden Jungs hier zusammen rüber. Hier kommt dann nämlich die Feder. Die federt das Ganze auch so ein bisschen ab. Oh, das könnte, das könnte sogar ein bisschen funktionieren. Das war, ey, das beste Level ever. Wo der dann so diesen Frontflip gemacht hat und dann so, oh, geil. So, einmal hätte ich gerne einen super Plus. Das zapfe ich mir jetzt. Ja, was kostet das? Du bleib frei, bitte. Junge, was passiert? Wo bin ich? Ah, oh, äh, ja. Gut, das war ich jetzt aber nicht mehr ohne. Oh, Bauer Willi, es tut mir leid. Das war deine, oh, Mann. Muss er wieder aufbauen, das Ding. Aber wenigstens habe ich ihm nicht seine Pflanzen diesmal kaputt gefahren. Wunder, aber du musst ihn nicht sehen. Hi, ich würde mich mega freuen, wenn du mal ein Best-of-Stimmenverzerrer-Gesichtsfiltert, oder wie man das nennt, machst. Oh, ja. Da hätte ich auch richtig Bock. Ja, das fand ich gut. Ich bin krass, wenn das Bauer Willi nur auch mal denken würde. Der sagt immer, ich bin Kacke, weil ich über so viel Fahrt fahre. Ich dachte, es wäre vorbei. Aber ich mache das ja nicht mit Abfall. Wir haben nur, wir müssen immer. Weil so ein Zebra findet ja gar nicht richtig den Weg. Nicht, dass es dann, oh Gott, oh Gott, auf die Autobahn läuft. Dann ist es nur noch ein Zebrastreifen, wenn es erwischt wird. Sorry, war so ein richtiger GLP-Joke. Ah, schönes Ding. Hat mir gefallen. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020